Hallo, es ist nun schon vier Monate her, dass ich das letzte Mal eine Filmkiste gemacht habe, aber nun bin ich ja zurück und habe euch etwas extrem Schrabbeliges mitgebracht für heute. OCTALUS! Subtiles Cover, nicht wahr? Noch besser als das Cover ist aber die Rückseite. Hier hat sich nämlich das Filmteam von OCTALUS eine eigene Bewertung gegeben im Stil einer Fernsehzeitung. Und da können wir sehr gut erkennen, Emotion 0, aber Erotik 1 Punkt. Hm, ich kenne diesen Film jetzt schon ziemlich lange, schon ein paar Jahre um genau zu sein und habe ihn auch schon ein paar Mal gesehen. Aber diese eine erotische Stelle, die hier beworben wird, ist mir bislang immer entgangen offenbar. Es gibt nicht mal das typische Horrorfilm-Gerammel, nicht mal ein paar nackte Brüste. Und das finde ich eigentlich unverzeihlich, denn alle anderen Horrorfilm-Klischees werden natürlich hier prompt bedient. Aber genug des Vorspiels, es ist Zeit für OCTALUS! Also da haben wir diesen riesen Luxus-Dampfer, auf dem gerade mächtig die Post abgeht. Doch ein dunkler Unbekannter legt alle Systeme des Kreuzers lahm. Und wie könnte es anders sein? Ein riesiges Ungeheuer greift genau jetzt das Schiff an. Und alle sterben, filmt zu Ende. Nein, nein, denn ein Boot ist auch auf dem Weg zum Schauplatz. Wir sind der Held dieses Films und sein bester Freund, der Mechaniker. Sie haben den Auftrag übernommen, eine total mies drauf seiende Söldnertruppe zum Schiff zu bringen, damit die den Ozeanriesen ausplönen und hinterher mit Torpedos sprengen. Und das ist auch gleichzeitig der ziemlich lächerliche Vorwand, um irgendwie Waffen mit in den Film zu bringen. Wie man sich denken kann, sind die Söldner allesamt völlig frei von jeglicher Persönlichkeit und damit schon im Vorfeld zur Fischwörter verdammt. Lass mich auf das Luder aufpassen, ich hab noch nie eine Koreanerin gefögelt. Hey, lass die Finger von meiner Freundin, du willst voll, zurecht mit mir anlegen! Hey, 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 nicht durchdrehen, Mann! Yeah, wir waren damals alle in der Theater-AG unserer Schule. Dann erreichen sie das Kreuzfahrtschiff, nur um festzustellen, dass alle Passagiere weg sind. Das macht aber nichts, denn es gilt ja immer noch den Tresor zu knacken. Dort angekommen treffen sie noch einige Überlebende, aber es kommt zu einem Missverständnis, das uns zu einem weiteren tollen Klischee führt. Kleiner Tipp, es geht darum, wer als erstes stirbt. Ja, alles ganz tragisch und auch einige weitere Söldner verschwinden auf laute, aber mysteriöse Art und Weise. In der Zwischenzeit treffen auch Held und Mechaniker auf eine Überlebende und voila, auch die Quotenfrau des heutigen Films ist an Bord. Dann kann's ja losgehen. Wir sind ja erst 45 Minuten im Film, ohne dass irgendwas Aufregendes passiert ist. Und was jetzt? Ach übrigens, das ist der coole Trademark-Spruch des Films. Ihr wisst schon, jeder Action-Held braucht einen. Völlig klischeefrei. Als dann endlich alle zusammen sind, erklärt der schlaue Mann mit dem Arztkittel, der übrigens auch der stinkreiche Besitzer des Schiffes ist, dass sie es hier mit einer Art Tier zu tun haben, das zigtausende Tentakel hat, mit denen es seine Opfer frisst und auf dem Weg zum eigentlichen Körper schon mal lebendig verdaut. Soviel zur Theorie, aber wie steht's mit der Praxis? Oh Gott, das ist Billy! Sie haben Namen? Ach, und nebenbei scheint es auch noch ganz schön groß zu sein. In 1200 Metern Tiefe sind die Autorier ungefähr so lang wie ein Bleistift, wobei der Körper etwa so dick wie ein Golfball ist. Aber in 6000 Metern Tiefe hat man Exemplare gefunden, die ausgewachsenen Haie fressen. In 10.000 Metern Tiefe! Bitte rechnen Sie selbst! Moment mal, um welche Sorte Haie handelt es sich jetzt genau? Wenn ich einen vernünftigen Dreisatz aufstellen soll, dann brauche ich mehr Details. Natürlich ist zwischendurch auch mal Zeit für Romantik. Sie, Sie haben also ein Boot, das da draußen wartet? Ja. Okay, ich schlage Ihnen einen Handel vor. Sie bringen mich auf Ihr Boot und... Ich kriege alles von Ihnen, was ich möchte? Ja, was immer Sie wollen. Waren da gerade schweinische Hintergedanken? Endlich erklärt sich für mich alles. Ach ja, und auch das Setting ist unglaublich originell. Eins, zwei... Octi kommt vorbei. Und zwischendurch verfällt das ganze Meisterwerk in den üblichen Einer weg, bleiben noch so und so viel Rhythmus. Unterstützt durch die Kompetenz unserer Hauptfiguren. Da ist ein Tentakel, wir sollten drauf schießen. Da ist ein Tentakel, wir sollten drauf schießen. Da ist ein Tentakel, wir sollten drauf schießen. Da ist ein Tentakel... Ah, was ist los mit diesen Leuten? Oh mein Gott, was könnte jetzt als nächstes passieren? Also ich rechne jetzt überhaupt nicht damit, dass in der nächsten Ecke des Raumes ein anderes Tentakel wartet. Was für eine Wendung. Ach und übrigens noch zum Thema Handlung. Unser Schiffseigner in Weiß ist übrigens die geheime Person, die am Anfang die Systeme manipuliert hat und die Söldner angeheuert hat. Er wollte das Schiff versenken, um die Versicherung zu kassieren. Und nun will er halt noch alle anderen loswerden, damit es keine Zeugen gibt. Ja genau, der Film brauchte noch ganz unbedingt einen Bösewicht, weil ein riesiges Seemonster mit Tentakeln einfach nicht genug war, wogegen man kämpfen könnte. Was wir jetzt noch brauchen, ist ein Showdown mit dem Ungetümen himself. Und endlich ist es soweit. Unser strahlender... Was jetzt? Held muss sich dem Octalus stellen. Und findet ihr nicht auch, dass die Musik verdächtig nach Godzilla klingt? Moment mal, ja? Ich denke, das Vieh frisst mit seinen Tentakeln. Wieso hat es da nochmal ein extra großes Maul? Und wenn es in über 10.000 Metern Tiefe lebt, wo schon längst kein Sonnenstrahl mehr hindringt, wieso kann es dann mit seinen Augen sehen? Mal abgesehen davon, dass es von den veränderten Druckverhältnissen schon längst getötet worden wäre. Naja, er entkommt dann und dann wird voll crazy auf einem Jetski geflüchtet und dabei Fahrstuhlknöpfe mit einer Schrotflinte betätigt. Alles klar. Das Schiff liegt in der Luft, alles ganz laut, aber am nächsten Morgen wachen sie auf einer einsamen Insel auf. Und wie könnte dieser Film nun am besten enden? Natürlich mit einem Cliffhanger, der niemals fortgesetzt wird. Und natürlich mit... Und was jetzt?